Rick und Segel treiben die New Micromagic an. Einen leistungsfähigen Antrieb zu erhalten, könnte deshalb ein interessantes Ziel sein. Eine Rick-Variante, die mit anderen Materialien und Beschlägen ausgestattet ist, zeige ich euch deshalb heute. Ich zeige hier meine Vorschläge, dass ich für deren Umsetzung keine Haftung übernehmen kann, das wird klar sein. Hier einige Ricks, die ich für verschiedene Segel gebaut habe. Einen angepassten leistungsfähigen Antrieb zu erstellen, ist ein Ziel. Ein Rick, auf dem die Drehachse des Großsegels in der Mastmitte liegt, ist ein weiteres. Der Rick-Bau ist kein Hexenwerk, wenn man sich die nötigen Materialien und Beschläge besorgt oder gebaut hat. Und sind Mast- und der Großbaumbeschlag dann erstellt, sind die weiteren Arbeiten identisch mit jenen, die in den Videos Hacker-Rick und Hacker-Segel für das Hacker-Standard-Rick behandelt werden. Bitte schaut dann mal dort rein. Erste Entscheidung bei der Materialbeschaffung. Welcher Mastdurchmesser soll verwendet werden? Es gibt eine gewisse Auswahl an CFK-Rohren. Einen Teil seht ihr hier. In diesem Video zeige ich einen Rick-Aufbau mit einem CFK-Rohr von 6 mm Außendurchmesser. Dieses recht stabile, wiegesteife Rohr verwende ich gerne. Für diesen Durchmesser kann man einige geeignete Beschläge kaufen. Aber eine eigene Herstellung von Beschlägen ist auch möglich, wie man beispielhaft an diesem Bild von Greg Norris sehen kann. Auch Großbaumbeschläge kann man selbst anfertigen. Hier ein solches Exemplar aus CFK-Matte laminiert. CAD- und 3D-Druck geht natürlich auch für diejenigen unter euch, die da Fähigkeiten und Gerät haben. Ist das Massrohr ausgewählt, benötigt ihr Beschlagteil in passender Größe. Ich habe hier diverse von Gerd Mittel konstruierte und von Shapeways gedruckte Beschläge für 6 mm Mastdurchmesser verwendet. Die Massspitze kann man mit verschiedenen Auslegern ausstatten. Eine Variante mit kugelgelagerter Folikbefestigung geht auch, wiegt aber relativ viel. Mit einem Beschlag für die Befestigung der Fock am Mast und mit diesem CFK-Rohrstückchen zur Fixierung des Großbaumbeschlags am Mast ist nun alles nötige Material beisammen. Für die Fixierung des neuen Masts auf dem Bootsdeck braucht ihr dann noch einen Mastadapter. Hier seht ihr Fertigteil und Eigenbau. Es kann also endlich mit dem Mastbau losgehen. Setzt zuerst die passenden Kugellager in euren Großbaumbeschlag ein. Dann schiebt ihr das CFK-Röhrchen auf den Mast, es folgt der Großbaumbeschlag und zuletzt ein Stückchen Silikonschlauch. Nun den Mast in die Mastführung auf dem Boot einsetzen. Führt das Mastrohr unbedingt bis zum Anschlag in die Mastführung ein. Verschiebt das Stück Silikonschlauch so, dass die Unterseite des Beschlages genug Abstand vom Deck hat, ca. 5 bis 8 mm reichen aus. Markiert dann wie gezeigt die Oberkante des CFK-Röhrschens auf dem Mast mit Malerkrepp. Alles abbauen, das CFK-Röhrchen an der markierten Stelle einkleben, dann den Beschlag wieder in den Mast einsetzen und mit dem Silikonschlauch sichern. Mast auf eine Arbeitsfläche legen und das Segel passend anordnen, damit ihr die erforderliche Mastlänge wie in der Skizze gezeigt ausmessen könnt. Das Großsegel so im Rigg ausrichten, dass sein Unterlieg einen Abstand von 10 bis 15 mm vom Großbaum hat. Der Abstand vom Segelkopf bis zum Mastausleger oben sollte ca. 2 cm betragen. Markiert die Stelle, wo der Mastausleger einzubauen ist, Segel weglegen und Mast an der Markierung abschneiden. Da wir hier mit CFK-Material arbeiten, bitte mit einer wirksamen Maske und oder einer Absaugvorrichtung arbeiten. Der CFK-Staub ist gesundheitsschädlich und darf nicht eingeatmet werden. Nun den Beschlag für die Fockbefestigung auf dem Mast aufschieben. Diesen Beschlag nicht verkleben. Der Schritt erfolgt erst nach dem Einbauen der Segel ins Rigg. Zuletzt den Mastausleger oben im Mast einsetzen und verkleben. Mit diesem Bild greife ich ein wenig vor. Doch euer Mast mit dem Großbaumbeschlag ist jetzt bereit für den restlichen Riggbau und den Einbau der Segel. Die Arbeiten unterscheiden sich trotz geänderten Großbaumbeschlags nur in Details von denen, die in eingangs genannten Videos beschrieben werden. Ich hoffe, mein Video zu diesem Thema hat euch gut informiert und auch Spaß gemacht. Ihr werdet immer wieder neue Videos zu diesem Thema der MicroMagic auf meinem YouTube-Kanal finden. Also vielleicht bis demnächst.